hallo und herzlich willkommen zu wieder im art leben mit dem fabi da wir uns nicht so ganz sicher sind weil der typ hier ist zwar eigentlich ganz korrekt aber der kann ja auch mal nur so tun oder so und dass wir fühlen uns ja es ist halt komisch wenn er dann das ganze grundstück betreten kann und so deshalb kümmere ich mich jetzt darum dass der nur auf eine kleine ecke von sich kann also man ist ja wenn wir zwischen die stars und aufpassen kann kann er ja auch drauf kommen und der richtig und wenn er dann scheiße baut dann merken wir das nicht ich meine er kann es nur gewesen sein aber es ist halt dann trotzdem scheiße und dann möchten wir halt vorbeugen ja jungchen möchtest du nicht ein stück zurückgehen ist nicht mal ein problem also er zieht es dass ich dass hier tnd ist und bewerten ich würde nicht umsonst weg laufen kann ganz gut so raupläsen das geht nur auf sein wasser das geht nur auf sein wasser er hat schon da hingepackt das geht auch auf weise aber der hat kein wasser und ohne wasser geht das nicht ach so so ja klar das liegt der automatisch veranbaut noto wenn er jetzt in automatisch veranbaut dann fliegt der bitte kann man bei diesem ist das problem atom sprengung er hat durch k ob ich heute was geht ich habe sie einfach mal geschrieben ja Du regst mich auf hier, Fräulein. Wer nicht hören will, muss fühlen. Das gehört niemandem. So stimmt, deshalb kann einer erbauen. Jungchen, aufhören. Nein! Flash MSG. Ah, Sklepp. Also ich bin jetzt bereit, dem Asyl zu gewähren. Aber nicht, wenn er hier den Pfahl blockiert. So, dann können wir mal hier ein bisschen TNT. Scheiß auf die Kohle. Pass bitte hier auf, ne? Was? Weil die Pfeiler setzt sich gerade neu. Äh, ja, müsste trotzdem gehen. Wenn ich dann baue, ist es neu. Wow. Ja, es wird dann ja zuerst weggesprengt und sichert der dann auch. Warte, von hier muss ich jetzt erstmal gehen. Ups. Wo muss ich denn jetzt? Wo ist eigentlich mein Fleisch? Ich hab beim letzten Mal, wo ich gestorben bin, weggegangen. Äh, wenn ich essen habe, hätte ich schon ein bisschen. Ja, ist schon ein bisschen. Oh Gott. Ich muss jetzt genau bis auf den Block sichern. Heißt, der könnte jetzt die Hälfte von der... Die könnte jetzt eine Wand von der Kirche, könnte er jetzt abbauen. Weil das Problem ist, sonst könnte er seine Wand nicht benutzen. So. Sicher ich doch einfach genau hier. Äh, jetzt könnte ich jetzt... Äh, von wo bis wo sicher ich dann? Von da und da sicher ich? Ich sehe hier eine höllische Arbeit auf uns. Oder auf mich, sollte man das so begradigen. Ja, mir ist das egal, ich kann nicht rechnen, aber ich gucke jetzt erst hier, dass ich das, äh, einigermaßen safe kriege. So, hier hab ich jetzt diesen 3er-Block. So, und dann geht das bis... ...hinten in die Ecke, wo der andere Pfeiler steht. Das schlimmste ist halt einfach, dass der Typ wahrscheinlich gleich nicht checkt, dass die Pfeiler extra unterschiedlich sind. Und der wird einfach random irgendwie markieren. Ach, wie sehen wir davon, dass ich den eh dreimal bestellen muss, also... Eigentlich musst du das... Musst du einmal, muss ich einmal bestellen? Ne, 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 ist ja egal. Ist ja eh eigentlich mein Grundstück. Ist ja nicht. Ist ja egal, wie viele Grundstücke man hat. Hauptsache man hat halt nicht zu große. Und das, äh... Aber, ich habe dieselbe Fläche einfach nur noch mal. Und halt aufgeteilt in kleineren Etappen. Dann muss ich jetzt gucken, von wo bis wo gehe ich denn jetzt hier. Das ist mich jetzt richtig bescheuert, weil jetzt muss ich nämlich aufpassen. Jetzt ist es auch noch relativ einfach. Weil jetzt muss ich nämlich eigentlich von hier bis nach... Na gut, was ist denn das jetzt? Wo haben wir denn hier gehabt? War das denn auch anders? Hm, 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 hm. Das gehört uns nicht. Das gehört uns. Was für lästige Geräusche? Ja, jedes Mal, wenn der Slash-i macht, dann kommt ja dieses... Achso. Genau so. Ja. Das heißt, du musst mir was zu essen holen, damit ich gleich auch mitkomme mit dem Typen und der nicht einfach wegsprintet und irgendeine Scheiße markiert. Weil das wäre nämlich jetzt am schlimmsten. Würde ich ja eh deutsch safe machen. Macht der auch zu 100 Prozent. Irgendeinen Fehler macht der. Ich zeige ihm jetzt den Pfeiler erst außen, ganz hinten, und dann muss ich ihm den richtigen Pfeiler zeigen. Das ist das Schlimmste. Oder stellst du dich an den Pfeiler, weiß ich nicht. Hm, 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 hm. Keine Ahnung. So, äh, jetzt kann kurz, sind ja noch Admins on, ja, sind, also Subs. Flash. Oh Gott. Da, hier ist schon... Löschen. Jetzt kann kurzfristig jeder auf das Grundstück... Ja, hier sehe ich eh keiner eigentlich schon, ne? Ja, wenn wieder der Unsichtbare da ist, ne? Also jetzt größte Vorsicht. Flash. E. Also bisher sieht's gut aus. Bisher läuft er mir hinterher. Bis jetzt. Oh, oh, oh. Oh. Eilt auf Anhieb das Erste richtig. Junge, 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 Junge. Flash. G.S. At. Osthine TV. Dash msg. Komm. Ja. Äh. Ja. Ach, danke. Geht doch. Äh. Es at. So. Jetzt seid ihr beide eingetragen hier drauf. Jetzt muss ich den noch mal anfordern. Das er dann hoffentlich jetzt auch richtig das macht. Da denkst du ja auch, Junge, fack mich schon nicht ab, Alter. Ja, das glaub ich aber auch. Das FBI, ja? Leg dich nicht mit dir an. So. Hey, Junge, wo ist der hingeflogen? Moment, jetzt muss ich kurz slash i machen. Äh. Ah. Ja. Ja. Äh. Ups, nicht h. Ja. G.S. G.S. Ad. Lalalalalala. So, ihr beide seid jetzt auch richtig hier eingetragen. Der ist sowas von durcheinander, jetzt wegen diesen Grundstücken, ne? Wer? Unser Typ? Unser Bewohner da? Der Typ, der da. Nein, nein. Achso, der Motor Auto. Ne, warte, da ist er noch nicht angezeigt. Das muss ich jetzt noch machen. Hier muss ich jetzt den Grenzstein setzen, dass wir wissen, dass es da auf jeden Fall das ist. Irgendwann, voll wie ein Koppel. Da kommt nicht zu. Da kommt zu. Ach Gott. Oh, meine Schwester, die ist gerade voll erschrocken. Ja, ne, die nervt. Also hier beim Brunnen müssen, äh, buddeln, weil da ist auch so ein Grenzstein. Ich hab die einfach so ein bisschen vollgraben oder so. Äh, weil die ganz klein machen wir wieder weg, oder? Ja, der Grenzstein, der liegt ja zum Beispiel hier runter. Hier drunter liegt. Okay. Dass du den halt nicht siehst, aber... ...halt, dass du weißt, dass der da ist. Puh. Jetzt müsste ich ihm halt noch den einen Teil machen, das Problem ist jetzt gleich, kann der Typ dann nicht bauen. Ja, schreibe mir noch kurz. Also ihm gefällt's hier eigentlich sehr gut. Habe ich einmal gefragt, ob's dir hier gefallen hat oder geschrieben? Ja. Ja, mir gefällt's dir auch. Ist ja durchgehend am Buddeln. Durchgehend, ja, genau. Durchgehend. Oh, fuck, ich hab hier hinten falsch gepflegt. Ich hab hier kein... Äh, jetzt... Ich glaub, er hat's gelesen. Sp, stop. Anfordern. Kai, schreibt er jetzt reizt auch mal, Alter. Ja, glaub ich aber auch. So, jetzt fragt er wieder, ist das richtig so? Ja. Er fragt es? Ist der krank? Wo bleibt die Nachricht? Ich hab's schon so, dass ich ganz schnell drücken kann. Okay, warte. ESX, ähm, Ole, mein Name. Jetzt hat er geschrieben. Was? Ist das der Moderator? Ja. Warte, ich, äh, mach ich aber auch hier auf das Grundstück. Und meine Schwester auch. So. Jetzt klaut deine Schwester wohl alle unsere Items. Ja. Nein, die wollte ihre Items nur dazu packen, weil sie halt eigentlich viel zu viele Items für sich selber hat. Da ist nix, da ist nix. Ja, der soll ausführen. Ja, gut, kann er. Ich wollte nicht. Ich pass. Ich hab' das. Duuuhuun. als heute machen da ist noch von folgen ja vor allem dort jetzt hier aufgefüllt und muss eigentlich noch eine etage tiefer hat dann doch ja aber da ich ja kompetent bin habe kein gut also er hat jetzt den zuhause punkt so juhu jetzt bin ich einmal jetzt fühle ich mich echt sicherer wer du also jetzt wurde er sein eigenes grundstück in anführungszeichen hat ich meine jetzt habe ich drei grundstücke aber naja wenn jetzt einmal durchgebohrt hier ich sage das war es für dieses video verlassen deutschland wird es noch ein schönen tag noch und tschau tschüss